recht herzlich willkommen zur hundertdreißigsten folge vom towns ja wir sind wieder drinnen was machen die hier oben eigentlich da habe ich letztes mal sind wir im keller gewesen jetzt gucken wir mal hier oben was hier noch so los ist mauern sind schon alle fertig aber dächer noch nicht drauf oder lief gerade noch einer lang mit dem stein aber es sind doch da ist tatsächlich noch ein blauer und dann können wir schon weiter ziehen mit sachscholmauerwerk machen wir das doch mal nicht ausgewählt nein habe ich nicht ausgewählt den müssen noch so so wie das aussieht ist das hier alles doppelt da auch hier nicht da ist dann auch doppelt das ist ach so das ist weil da kann keiner durch dann weiß nicht ob die hier übers dach laufen würden dass die frage das immer schnell feststellen naja dann können wir hier weiter zu machen und da weiter zu machen da 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 dort 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 daneben geklickt gerade super fertig halt mal ganz durchziehen können eigentlich naja ist egal und ich glaube das spiel ist in pauses heißt wir mehr wollen angreifen aber so ist das erstmal überall zwei stücke ich möchte das richtig sehe hier vorne noch nicht ganz aber da kommen dann den da noch drauf und die da so hin und dann werden wir irgendwo angriff haben okay das ist jetzt kein wirklicher angreifen sondern die klauen uns ein paar fässer und dann ist gut so dann ist hier oben wieder was zu erledigen der läuft auch schon da oben drauf rum müsste man mal gucken da jetzt haben wir noch ein paar schränke reinstellen da brauchen wir nicht auch inventar möbel sind da wenn wir schränke nämlich reinstellen über schränke können die auch runterlaufen wie waren das mit dem zimmer noch gar nichts eingerichtet na also rechts in der ecke stehen die das bedeutet auf der seite links in der ecke gut geklappt habe ich die schifftasse nicht gedrückt es kommt gerade ein händler auch noch rein machen wir gerade hier die schränke zu ende wo wir uns um den händler kümmern beziehungsweise der händler kann weiter laufen lassen weil der händler sagt schon na wird erstmal noch kommen müssen die nächste runde die er dann hält und ist ja da unten irgendwo knapp daneben ist auch vorbei ne shift hast du eine sekunde zu spät gedrückt so und der händler müsste jetzt auch langsam da sein und wir sind fertig ja spiel steht da ist da lass uns gucken was er hat alle sachen die wir nicht unbedingt brauchen was will er haben die sache das mehl können wir gegen mehl tauschen schlechter preis ist ja irgendwas besonderes dabei Spiegelei, Mushroom Soup, Cactus Soup, Hammond Eggs, Mountain Still gekochten Fisch was machen wir da das ist die frage den Himbeerball den gibt es hier nicht kommen die drei Pilze noch am Tisch die beiden Kirschen Kaktusfrucht ja das wäre hier noch ganz interessant das Hähnchen nehmen wir noch mit und der Rest ja Zucker ist schön und Bambus Zuckerrohr kann er alles haben hier warte mal SHIFT-Taste oder STRG SHIFT-Taste und jetzt kommt das Boot auch noch jetzt haben wir wahrscheinlich drauf aber ist egal läuft beziehungsweise noch nicht jetzt aber Händler ist da gut jetzt müssen wir weiter gucken hier ist ja auch so schwierig mit dem Dach das müssten wir eigentlich abreißen und neu machen ja nicht so einfach ist irgendwo einer gestorben wenn 74 mal nicht hält war da nicht auch einer wieder gekommen naja ist halt so gut dann gehen wir erstmal jetzt hier in den Keller die haben ja genug zu tun sind wir hier richtig hier sind wir richtig da läuft auch schon einer lang wir waren hier auf Entdeckungstour dass da irgendwo sag schon noch weitere Räume sind hat ja gut geklappt ne aber machen wir mal egal Entschuldigung der läuft da hoch haben wir irgendwelche Helden hier unterwegs ok da kann man noch entdecken da kommt einer drunter glaube hier unten ist ja auch noch was oh da ist noch ein neuer Raum und da ist Schlachtfeld drin ok da ist dann wahrscheinlich einer von unseren Leuten gestorben und der Held kommt auch hier lang hier sind einige Sachen zum Aufsammeln ach und ein Ritter ist da auch gestorben wo läuft der denn jetzt hin? da ist er kannste nicht glauben oder? der macht ein Grab oh da müssten wir auch mal gucken ob da nicht schon einiges zu wenig ist das war hier oben in der Ecke irgendwie in Etagen höher geht noch was können aber noch ein bisschen nachlegen oder? äh Dekorationen da oder? ist egal wie rum so bisschen mehr Platz geschafft geht ne? da ist noch einer hier haben wir eine Lücke ich glaube nicht sieht man auch etwas schwer aber läuft so gehen wir wieder runter hier ist die Etage ich glaube ah da wird schon weiter gekämpft da gibt es auch einen Helm ne? ok da kommt der Hauptprobleme Kaiser ok dem geht es noch gut ok er hat ihn aber geschafft ein schickes Hemd ist ja auch noch am liegen hat auch Defense von 561 ist auch nicht schlecht und da kommen schon so ein paar Träger nehmen wir es mit und gehen wieder da kommt auch noch einer oder waren das zwei übereinander? ne ich glaube es ist nur einer ne? der nimmt die Kugel mit und da kommt ein Held hier gibt es zwei Ausgänge er nimmt aber den oberen oder doch nicht kurz entdeckt und weg geht es ja wieder wäre schön wenn man mehr sehen würde ne? da ist nichts zu holen aber so holen wir uns da weiter rein kommt wieder ein Held oder? hat er sich nur ne bessere Waffe besorgt? ach das Hemd hat er hier vielleicht weggenommen ne? so toll war das war auch nicht naja vielleicht hat er ganz angehabt ok wir laufen gerade so ein bisschen kreuz und quer ne? und jetzt läuft er hier oben hin auch cool ne? wenn er oben ist hat er Hunger geht wieder nach Hause er ist noch unterwegs ok oh da ist einer der greift auch gerade an ich glaube er hat ein Schweinchen rausgemacht ne? wenn der fertig ist dann geht er auch wieder zurück sieht ganz danach aus ne? ja der Hahn kräht da kommt immer einer runter baut einen ab dann geht er wieder hoch dann kommt der nächste baut den nächsten ab ne? voll cool ja der holt einen stein jetzt läuft der Held von oben rechts nach unten links ne? oder? kann das sein hier sollte man Durchbruch machen irgendwo da gibt es was ne? aber vielleicht hier ja ich weiß jetzt auch nicht der ist noch nicht mal bis da unten oder ist ein anderer gewesen kann auch sein krass oder? aber da ist auch noch einer und der läuft wieder weg schick schick jetzt wo der da gerade kaputt gegangen ist weiß ich nicht naja mal gucken wo die alle langlaufen diese Person sammelt da jetzt was auf wahrscheinlich hier Knochen nicht das Wichtige sondern Knochen weiß gar nicht was das jetzt war was ist das hier? Sneaker Head kann man auch noch abbauen gucken wir noch mal rein ne? oh er zieht zwei mit das ist nicht gut hier geht's rund der macht mit okay ich glaube haben sie geschafft ohne einer so da waren es 73 und der ist in der oberen Etage gestorben ne ich glaube nicht passte schon so da ist noch einer ne zwei sogar oh ja wo hat's einen erwischt beziehungsweise ein ne oh jetzt kommen wir reichlich hier ne jo das war dann hier auch wieder jemand so sind wir wieder runter auf 70 okay sollen wir jetzt mit mehr Bedacht umgehen hier die Etagen werden schwieriger da ist auch schon wieder einer ist die Frage wo die alle wegkommen ne? da kommt auch noch einer die sind irgendwo hergezogen ne? wahrscheinlich hier dann ja da ist auch noch einer drin ne? der Schleim geht nach oben der blaue wurde da aber verwandelt und da kommt eine ganze Bataillon runter ein Angriff aber was machen die vier hier ne? das ist die Frage Todrand wahrscheinlich ja wenn der da mal ne? nicht die Gefahr darstellt ja klar alleine die anderen drei laufen weiter na die haben da was geholt das war's oh Glück gehabt so der Held der macht hier was kaputt der hat's nicht geschnallt dass da einer ist Glück gehabt würde ich sagen das mit dem Treffen ist Pflicht oder wie war das? hier ist ein Ausgang da ist ein Ausgang und da ist ein Ausgang ne? und der holt jetzt was? oh Pause spiegelt in Pause ein Angriff vier grüne Schleime die kannst du locker laufen lassen da brauchen wir gar nicht beobachten ja aber ich würde sagen für die Folge soll es auch wieder reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss bis dann 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 bis dann